Der Verkauf einer geerbten Immobilie kann eine aufregende, aber auch herausfordernde Aufgabe sein. Um sicherzustellen, dass der Verkauf erfolgreich und ohne Fallstricke verläuft, ist es wichtig, ein paar wichtige Schritte zu beachten. Rechtliche Aspekte überprüfen Sie, ob Sie das Recht haben, die Immobilie zu verkaufen, und stellen Sie sicher, dass alle rechtlichen Formalitäten ordnungsgemäß erledigt werden. Wertbestimmung holen Sie eine unabhängige Bewertung ein, um den Marktwert Ihrer Immobilie zu ermitteln. Dies gibt Ihnen eine solide Grundlage, um den Preis für Ihre Immobilie festzulegen. Marketing verkaufen Sie Ihre Immobilie auf eine effektive und ansprechende Art und Weise, um potenzielle Käufer anzulocken. Ein erfahrener Immobilienmakler wie Immoprofi André Zahedi kann Ihnen dabei helfen, die richtigen Marketingstrategien zu entwickeln. Vertragsgestaltung Stellen Sie sicher, dass der Kaufvertrag alle wichtigen Bedingungen enthält und rechtsgültig ist. Vermeiden Sie es, sich auf ungültige Vereinbarungen einzulassen, die Ihre Rechte beeinträchtigen können. Steuerliche Aspekte Überprüfen Sie, ob es steuerliche Auswirkungen auf den Verkauf gibt, und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Steuern rechtzeitig bezahlt werden. Mit der Unterstützung eines erfahrenen Immobilienmaklers wie Immoprofi André Zahedi können Sie sicherstellen, dass der Verkauf Ihrer geerbten Immobilie reibungslos und erfolgreich verläuft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017